Heute ist Lenins Geburtstag. Ich habe mir vorgenommen, unbedingt ein gutes, lustiges Foto über Lenin im russischen Internet zu finden und ein paar Sätze zu ihm zu schreiben. Aber ich weiß noch nicht was. Für mich ist das ein Schimpfwort, Kabarettist oder Schauspieler. Es gibt solche und solche. Wahnsinn. Die machen immer im Januar Gartenmesse in Hannover. Gestern hatten wir eine große Party zu Hause und die Schwiegermutter ist gerade gekommen aus dem Kaukasus am Freitag. Das war dieses russische Essen, was ich nicht unbedingt jeden Tag essen möchte. Wie sagt meine Frau, das Bessere ist der Feind des Guten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020